Mit Katalog Nr. 22 haben Sie die Möglichkeit eine sehr ausgeglichene Aroso-Tochter zu erwärmen. Sie kombiniert 159 RZG mit 28,63 TPI und 950 Netmer. Darüber hinaus hat sie 215 ISO und kommt aus keiner geringeren als der Q-Familie des Masteren-Vererbers Salvo RDC. Lot Nr. 22. This Aroso-Tochter is shown a very nice linea. She's combining 159 RZG, 2863 TPI, nearly 950 Netmerit and on top 150 ISO. She's very correct, she's a beautiful cub, she's direct from the Salvo family.